Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Read Mitternachtszirkus. Im letzten Part haben wir Madame Truschka kennengelernt, Conchita Wurst, Before It Was Cool, um den Namen der Folge nochmal zu zitieren. Und jetzt folgt der Auftritt von Mr. Krabsley, der auf sehr geheimnisvolle Weise angesagt wurde. Also dann, Kapitel 12 Es stimmt nicht, dass alle Taranteln giftig sind, sagte Mr. Krabsley gerade. Er hatte eine tiefe Stimme. Endlich gelang es mir, meinen Blick von Steve loszureißen und mich auf die Bühne zu konzentrieren. Die meisten sind so harmlos wie die Spinnen, die man überall auf der Welt findet. Und die Giftigen verfügen normalerweise nur über so viel Gift, um keine Lebewesen zu töten. Aber einige sind wirklich tödlich, fuhr er fort. Einige können einen Menschen mit einem einzigen Biss umbringen. Sie sind sehr selten. Man findet sie nur in schwer zugänglichen Gegenden, aber es gibt sie. Ich besitze eine solche Spinne, verkündete er und öffnete die Tür des Käfigs. Ein paar Sekunden lang geschah überhaupt nichts. Doch dann kroch die größte Spinne heraus, die ich je gesehen hatte. Sie schillerte grün und lila und rot, hatte lange, haarige Beine und einen großen, dicken Körper. Ich habe zwar keine Angst vor Spinnen, aber die hier sah wirklich furchterregend aus. Nein, die ist süß. Wenn man den Film gesehen hat, dann weiß man, dass die unglaublich süß ist. Da muss man überhaupt nichts gegen sagen. Die ist süß. Ich hasse Spinne, aber Madame Octa ist süß. Punkt. Die Spinne kroch langsam vorwärts. Dann krümmte sie die Beine und senkte den Körper, als lauerte sie einer Fliege auf. Madame Octa ist schon einige Jahre bei mir, fuhr Mr. Crapsley fort. Sie lebt bedeutend länger als normale Spinnen. Der Mönch, der sie mir verkauft hat, meinte, sie könnte bis zu 20 oder 30 Jahre alt werden. Madame Octa ist ein unglaubliches Geschöpf. Nicht nur extrem giftig, sondern auch hochintelligent. Das stimmt. Noch während seiner Erklärung führte eines der blau gewandeten Wesen eine Ziege auf die Bühne. Sie gab ein leises, ängstliches Meckern von sich und wollte immer wieder ausbrüxen. Das Kapuzenwesen band sie am Tisch fest und ging wieder. Sobald die Spinne den Angstlaut der Ziege vernommen und das Tier erblickt hatte, setzte sie sich in Bewegung. Sie krabbelte zum Tischrand, wo sie stehen blieb, als wartete sie auf einen Befehl. Mr. Crapsley zog eine glänzende Metallpfeife. Er nannte sie seine Flöte aus der Hosentasche und spielte eine Folge kurzer Töne. Madame Octa sprang sofort wie katapultiert durch die Luft und landete auf dem Hals der Ziege. Die Ziege machte einen Satz zur Seite und fing laut zu blöken an. Madame Octa kümmerte sich nicht darum, klammerte sich fest und kroch ein paar Zentimeter näher an den Kopf heran. Sobald sie die richtige Stelle gefunden hatte, entblößte sie ihre Giftzähne und versenkte sie tief in den Hals der Ziege. Die Ziege erstarrte und riss die Augen auf. Sie hörte auf zu blöken und fiel nach wenigen Sekunden seitlich um. Ich dachte schon, sie sei tot, bemerkte aber kurz darauf, dass sie noch atmete. Mit dieser Flöte gebe ich Madame Octa Anweisungen, erklärte Mr. Crapsley und ich riss den Blick von der reglos am Boden liegenden Ziege los. Er hielt die Flöte über seinen Kopf und winkte damit. Obwohl wir schon lange zusammenarbeiten, ist sie beileibe kein zahmes Haustier und würde mich mit Sicherheit töten, wenn ich die Flöte jemals verlieren würde. Die Ziege ist gelähmt, fuhr er fort. Ich habe Madame Octa so dressiert, dass sie nicht gleich beim ersten Biss tötet. Die Ziege wird auf jeden Fall sterben, denn es gibt kein Heilmittel gegen Madame Octas Biss, aber wir wollen die Sache rasch zu Ende bringen. Er blies wieder auf der Flöte und Madame Octa kroch den Hals der Ziege weiter hinauf, bis sie auf ihrem Ohr hockte. Erneut entblößte sie ihre Giftzähne und Biss zu. Ein Zittern lief durch den Körper der Ziege, dann lag sie vollkommen still. Sie war tot. Madame Octa ließ sich von der Ziege herabfallen und krabbelte auf den Bühnenrand. Die Leute in der ersten Reihe wurden ausgesprochen unruhig und einige sprangen auf. Doch nach einer kurzen Warnung von Mr. Crapsley blieben sie wie angewurzelt stehen. Nicht bewegen, zerstähe er. Erinnern Sie sich an meine erste Warnung. Eine einzige unvorsichtige Bewegung kann den Tod bedeuten. Madame Octa blieb am Rand der Bühne stehen und stellte sich dann auf ihre beiden Hinterbeine, genau wie ein Hund. Süß. Das stelle ich mir total süß vor, wenn ich mir die Madame Octa aus dem Film vorstelle. Die hat auch nicht so erfurchterregende Zähne. Mr. Crapsley spielte leise auf seiner Flöte und sie fing an, rückwärts zu gehen. Immer noch auf zwei Beinen. Als sie das nächste Tischbein erreicht hatte, drehte sie sich um und kroch hinauf. Jetzt besteht keine Gefahr mehr, sagte Mr. Crapsley und die Leute in den ersten Reihen setzten sich wieder, und zwar so langsam und bedächtig wie möglich. Trotzdem muss ich sie bitten, fügte er hinzu, keine lauten Geräusche zu verursachen. Denn falls sie das tun, könnte sie sich womöglich auf mich stürzen. Ich weiß nicht, ob Mr. Crapsley wirklich Angst vor der Spinne hatte, oder ob es nur zu seiner Nummer gehörte, aber er sah tatsächlich ziemlich ängstlich aus. Er wischte sich mit dem rechten Ärmel über die Stirn, steckte die Flöte wieder zwischen die Lippen und blies eine eigentümliche kleine Melodie. Madame Octa neigte den Kopf zur Seite und schien zu nicken. Sie kroch quer über den Tisch, bis sie direkt vor Mr. Crapsley stand. Er senkte die rechte Hand. Sie kroch auf seinen Arm. Die Vorstellung, wie die langen, haarigen Beine über seiner Haut krabbelten, wies mir den kalten Schweiß ausbrechen. Dabei mochte ich spinnen. Leute, die Angst vor ihnen haben, müssen sich die Innenseiten ihrer Wangen in Fetzen gekaut haben. Als sie seine Schulter erreicht hatte, ruf sie am Hals hinauf, bis über sein Ohr und machte erst Halt, als sie direkt auf seinem Scheitel saß. Dort senkte sie ihren Körper und sah aus wie ein komischer kleiner Hut. Nach einer Weile begann Mr. Crapsley wieder mit dem Flötenspiel. Madame Octa ließ sich auf der anderen Seite seines Gesichts hinabgleiten, quer über die Narbe und spazierte überall herum. Bis sie kopfüber auf seinem Kinn stand. Dann spann sie aus ihrem Unterleib einen Faden und salte sich daran ab. Jetzt hing sie ungefähr zehn Zentimeter unterhalb von Mr. Crapsley's Kinn und fing an, langsam hin und her zu schaukeln. Es dauerte nicht lange und sie schaukelte bis zur Höhe seiner Ohren hinauf. Sie hatte die Beine eng angelegt und von meinem Platz aus sah sie aus wie ein Wolkenäuel. Und dann, als sie gerade wieder nach oben schwang, warf Mr. Crapsley den Kopf in den Nacken, woraufhin sie steil nach oben in die Luft schoss. Der Faden riss und sie wirbelte um die eigene Achse. Ich verfolgte, wie sie ihn aufflog und ich sah zu, wie sie wieder herunterkam. Ich dachte, sie würde auf den Boden plumpsen oder auf den Tisch, aber es passierte etwas ganz anderes. Madame Octa landete in Mr. Crapsleys Mund. Mir wurde fast schlecht bei dem Gedanken, wie die Spinne ihm durch die Kehle bis in den Magen rutschte. Ich war sicher, sie würde ihn beißen und damit umbringen, aber die Spinne war viel schlauer, als ich gedacht hatte. Noch im Fallen hatte sie die Beine ausgestreckt und sich damit auf seinen Lippen abgefangen. Mr. Crapsley neigte den Kopf nach vorn, damit wir sein Gesicht sehen konnten. Sein Mund stand weit offen und Madame Octa hing zwischen seinen Lippen. Ihr Körper schaukelte direkt über seinen Mund und sie sah aus wie ein Ballon, den er abwechselnd aufglies und leer saugte. Ich fragte mich, wo die Flöte wohl sein mochte und wie er die Spinne ohne sie zu bändigen gedachte. In diesem Augenblick erschien Mr. Riesig mit einer zweiten Flöte. Er konnte nicht so gut spielen wie Mr. Crapsley, aber es schien zu reichen, um Madame Octas Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Sie lauschte und bewegte sich dann von Mr. Crapsleys einem Mundwinkel zum anderen. Zuerst wunderte ich mich, was sie da machte und reckte den Hals, um besser sehen zu können. Aber als ich die kleinen weißen Fäden auf Mr. Crapsleys Lippen erblickte, wusste ich es. Sie spannen ein Netz. Als sie damit fertig war, ließ sie sich von seinem Kinn herunter, genau wie zuvor. Quer über Mr. Crapsleys Mund war jetzt ein großes Netz gespannt. Er fing an, an dem Netz zu lecken und zu saugen. Er aß es vollständig auf, rieb sich den Bauch, wobei er aufpasste, dass er dabei Madame Octa nicht berührte, und erklärte, »Köstlich! Nichts ist leckerer als ein frisch gewebtes Spinnennetz. In meiner Heimat ist es ein echter Leckerbissen.« Danach ließ er Madame Octa einen Ball über den Tisch schieben und brachte sie dazu, darauf zu balancieren. Er stellte kleine Sportgeräte auf, winzige Gewichte, Seile und Ringe, und ließ sie das ganze Programm durchexerzieren. Sie konnte all das, was auch ein Mensch konnte. Sie konnte Gewichte über den Kopf wuchten, an Seilen hinaufklettern und sich an Ringen emporstellen. Nun deckte Mr. Krabs den Tisch mit einem winzigen Servis. Es bestand aus kleinen Tellern, kleinen Messern und Gabeln und winzigen Gläsern. Auf die Teller häufte er tote Fliegen und andere kleine Insekten. Was in den Gläsern war, weiß ich nicht. Madame Octa verzehrte ihr Abendessen so gesittet, wie man es sich nun vorstellen kann. Sie konnte die Messer und die Gabeln aufnehmen, immer viel gleichzeitig und damit essen. Es gab sogar einen kleinen Salzstreuer, den sie über die Teller führte und schüttelte. Ungefähr ab dem Moment, als sie aus dem Glas trank, stand meine Meinung fest, dass Madame Octa das erstaunlichste Haustier auf der ganzen Welt war. Für sie hätte ich alles gegeben, was ich besaß. Ich wusste, dass es unmöglich war, denn selbst wenn ich sie kaufen könnte, würden Mama und Papa mir nie erlauben, sie zu behalten. Aber das tat meinem Wunsch keinen Abbruch. Als die Nummer vorbei war, setzte Mr. Crapsley die Spinne wieder in ihren Käfig und verneigte sich tief. Alle spendeten überschwänglichen Beifall. Ich hörte mehrere Leute sagen, es sei nicht in Ordnung, die arme Ziege zu töten, aber immerhin sei es höchst aufregend gewesen. Ich drehte mich zu Steve um, weil ich ihm sagen wollte, wie toll ich die Spinne fand, aber er starrte immer noch wie gebannt Mr. Crapsley an. Zwar sah er jetzt nicht mehr ganz so verstört aus, aber auch nicht normal. An dieser Stelle möchte ich nochmal auf Mr. Crapsleys Performance an sich eingehen. Nämlich wurde die im Film bei weitem nicht so ernst dargestellt wie hier. Ich meine, zum Schluss hat die Spinne ja auch Kunststücke gemacht und, keine Ahnung, Unterhaltung halt. Aber im Film wirkte sie nicht ganz so bedrohlich. Sie wurde auch als sehr gefährlich dargestellt und es wurde den Menschen gesagt, besser nicht bewegen, bla bla und so weiter. Aber das ist hier trotzdem weitaus bedrohlich, was ich recht interessant finde. Außerdem ist im Film Meister Riesig nicht zu Hilfe geeilt, quasi, mit einer zweiten Flöte. Das kam im Film nicht vor. Und Mr. Crapsley konnte sie quasi auch ohne Flöte ein bisschen zumindest kontrollieren. Also, er hat sie auch, bei ihm saß sie auch auf dem Mund drauf, aber das, ja, brauchte er keine Flöte für, um sie da wieder runterzukriegen. Ohne dabei selbst in Gefahr zu sein, quasi. So als Funfact. Was ist denn los mit dir, Steve? Fragte ich. Keine Antwort. Steve? Schhh, fauchte er und gab kein Wort mehr von sich, bis Mr. Crapsley die Bühne verließ. Er schaute dem merkwürdig aussehenden Mann nach, bis er hinter den seitlichen Vorhängen verschwunden war. Dann warnte er sich zu mir und keuchte. Das ist unglaublich. Die Spinne? Fragte ich. Sie war fantastisch. Was meinst du, wie macht er... Ich spreche nicht von der Spinne, schnauzte er mich an. Interessiert sich schon für seinen blöden alten Nachtfüchler. Ich rede von Mr. Crapsley. Er zögerte kurz, bevor er den Namen des Mannes aussprach, als hätte er ihn beinahe anders genannt. Mr. Crapsley? Fragte ich verdutzt. Was war denn so tolles an ihm? Er hat doch nur Flöte gespielt, das war alles. Du kapierst das nicht, sagte Steve wütend. Du weißt nicht, wer er in Wirklichkeit ist. Du vielleicht? Allerdings, murmelte er. Ich weiß es tatsächlich. Er rieb sich das Kinn und sah schon wieder beunruhigt aus. Ich hoffe nur, dass er nicht weiß, dass ich es weiß. Denn falls ja, könnte es sein, dass wir hier nicht mehr lebendig herauskommen. Das ist dann auch das Ende von Kapitel 12. Wir werden dann in der nächsten Folge sehen, warum Mr. Crapsley so gefährlich ist anscheinend. Und wer er wirklich ist. Vielleicht. Vielleicht wird es mal noch nicht im nächsten Kapitel erfahren. Ich weiß es ja nicht. Okay. Ähm, ja. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Oder einen Kommentar. Oder ein Abo. Je nachdem, was euch gerade lieb ist. Ähm. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht beim nächsten Part wieder. Ciao.